es ist denn hier mit den hammern los du scheiße alles holler hammer ja ich spiel diesen neuen spielmodus mit den hammern und guck mal ich bin ein ganzes blümchen ist im battle pass ich können sicher die skiller schon hoch boosten aber ich gehöre natürlich nicht zu den skillern warum sollte ich denn auch bin ich blöd die hammer leute ja die können das spiel schon richtig krass ich nicht fünf leute sind schon ach so schön dann lerne ich auch langsamer liegen aber ganz schön viele raus warum dürfen sich hier so viele qualifizieren stehe nicht es wird anscheinend immer krasser mit den hammern oh mein gott erst mal durchfallen er hat alle runter gemacht oh er weiß dass er weiterkommt ah der hat das noch geschafft die hände sind raus aber wir haben wieder ein knochen am angerskind in der lobby schön aber ich wollte mal das gänseblümchen zeigen weil sie im battle pass erreicht hat führer ein hammer echt jetzt nee bin ich ach du scheiße unten auch die frage ist jetzt wenn man runter fällt durch die hammer kommt man da wieder hin hierher hoch okay wir haben auf jeden fall ein mech gottsele das finde ich nicht gut battle pass ist der nämlich hallo das war nicht so gut aber ich muss das timing mit den hammern echt lernen hallo ach so lol du musst immer die richtigen hammer auch nehmen ich gehe lieber einen safen weg oder oh nice leute nicht zurück das wird der eka für festhalte oh nein der monger skin nein ihr zwei schafft es nicht leider tut mir leid leute ok ok was ich habe es doch geschafft ich will cola trinken ich könnte doch mehr raus liegen eigentlich ich schweife schweiz äh schweiz mit hammern hm hammeren hm ist ja auch noch finale ach du scheiße ach du scheiße aber dafür dass es meine erste runde ist läuft es eigentlich ziemlich gut ich bin im finale würde ich safe nicht gewinnen aber ist schon mal interessant zu spielen ich habe halt auch keine ahnung wie es timing technisch funktionieren muss läuft auf jeden fall nicht so gut bisher hätt sie mich drüber werfen müssen ja die türe ist auch scheiße für mich der monger skin ach gewinnen alle die das ziel erreichen 6 5 4 3 2 oh alter puh ja das ist dann doch schon war interessanter gut ich hatte mich auch schon gewundert warum es eine grundspiel da gibt aber jetzt weiß ich warum ui lol ich habe einfach irgendeine random skin da gewählt damit das alles weiß ist aber egal alter wie viel kriege ich denn hier 6160 alles klar ist das aber nicht mehr weiß egal und das nächste kostüm gibt es ja hier ganz viele kostüme ok ja dafür gibt es den 10 kronen später ist mir auch egal muss aber auf jeden fall wenn es genommen anpassen passt ja so nett ganz so ach das passt ja ja mhm gibt's da habe ich auch ein lila nennt das sieht alles irgendwie nicht so richtig hm ja dann doch wo hinten ist blau aber die ganzen skins passen irgendwie nicht ach komm mach mal den so dann passt du noch da ja ich könnte auch das neue so shop ja hab ich schon gut wie sieht es hier aus das passt schon ja runterreichen die show gewinnt ist ja easy ja das brauche ich ja die show ist schwierig golden boah krass aber das mit den laufen wird schwierig werden weil naja ich muss halt die flugkammer auch benutzen auch schön er zeigt auf mich weil das gesicht passt wenigstens zu meinen muster zu meiner farbe aber das gute ist ich brauche nur 40 level dann habe ich level 100 äh da was dann bin ich level 100 wird gerade so ein mix aus dann habe ich und bin sagen aber naja das ist aber nicht so krass wie ich gedacht hatte kommen halt wahrscheinlich immer dieselben spiele dran zeit gut ist die weeklys kann man also die eine weekly mit dem hammer kann man dadurch gut schaffen das haben die deswegen wahrscheinlich auch mit reingenommen aber dann finde ich es doch gut dass alles alle die es in der zeit schaffen das ziel zu kommen gewinnen wenn das hier eh sowieso nach zeit geht zwar kriege ich dann nur noch sechs rundherum eine krone aber ey da ist noch ein anderer typi mit ja mit dem skin von mir hallo aber wie was ist denn nur eine minute schön muss halt auch auf die richtigen achten hallo es ist so unfair hallo ey muss halt in der richtigen moment in der luft sein die anderen dürfen dir das nicht wegquäben ich laufe mal lieber ins ziel eigentlich wollte ich erster werden und ein emote machen weil es dazu eine errungenschaft gibt aber naja ey stimmt der sammelt erfolg das muss ich auch machen ja die weekly meine ich jetzt nicht erfolg oh niemand raus was kenne ich eigentlich früher nur von äh na wie heißt es nochmal blockparty glaube ich weil bei beim puzzel fliegen auch immer manche raus ich gehöre dazu weil ich nicht so smart bin kann mir das nicht merken ach so das gibt es auch nochmal und nicht nur als finale frage ist können die sich wiederholen und äh das erste auch im finale dran kommen oh und das eine nochmal fuck ich bin so verkehrt ach das mit den wänden war ja ja das hier finde ich schon eindeutig ein bisschen schwieriger im zeitlichen her so erstmal schön gucken wie die hammer train oh das lief schön ich hätte wäre zwar gerne auf dem mittleren hammer gelandet dann wäre ich extrem geboostet worden aber so ist ja auch gut oh leide das ist super aber ich werde mit zweiter werden wie es aussieht nein nein ich tue doch alles zu der errungenschaft ah ja nein nein ja kannst so viele mods machen wie du willst da oben aber das huhn wo ist das huhn nicht das huhn aber das huhno emojis machen ja spartan im dschungel oder wie auch immer was da stammt ihr schafft das ich glaube an euch mr cool brille den gibt es im battle pass habe ich auch gesehen ja Godzilla ist jetzt leider vorbei habe ich mir doch nicht geholt okay der erste einzige der es nicht geschafft hat der gold sucher ah lohnt sich einfach nicht ich hab doch meinen drachen tschüss äh den normalen drachen am liebsten hätte ich ja das huhn auch gekauft aber das ist halt zu teuer 800 von der währung das ist mir einfach eindeutig zu teuer mir gefällt halt nur das obere huhn teil das unter ist hässlich das gibt es auch als finale okay ich mag das komme ich eigentlich immer safe weiter eigentlich low gravity okay ach du scheiße wie viel hammer gibt es da denn als gut ist gut ist es gibt viel abwechslung muss man ehrlich mal zugeben alter das war schon mal scheiße oh 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 nur bronzer rein shitte aber wenn das so weiter läuft immer in bronzer rein ich bin schon mal ganz entspannt eigentlich oh sogar ein silber ich glaube leider nur zwei punkte gold ist wichtig da ist jemand richtig gut und hat sich gold gegönnt hallo oh fuck ich brauche halt mindestens einmal gold ähm okay dass ich es mal nicht alles klar was man nicht treffen kann würde ich gerade sagen kam mich jetzt auch noch nicht zu aber Elkani okay das her fordert doch mehr skill als ich erwartet hätte vielleicht mal hier so gucken also die unteren sind wichtig aber ich schaff es nicht mehr glaube ich außer ich krieg jetzt einen goldenen nein dafür lief die runde zu schlecht oh ja das sieht gut aus dass ich gerade zweimal gold bekommen also da muss ich echt zugeben das war ein bisschen unfair ich habe sowohl gold bekommen und dann hatte ich ja nochmal gold bekommen warum auch immer bin und nicht resettet ich bin irgendwie durch da durchgeklitscht und bin dann trotzdem nochmal durchgeklitscht Züge Neo was du fällst nicht runter aber langweilig ey oh ja jetzt gibt es Z-Belohnung yay kurz oder Krone nice ne da kannst du ausrüsten noch zweimal Runde 2 erreichen 40 Sekunden Luftflame Höchstgeschwindigkeit die Finalrunde erreichen ist doch easy schaffe ich wir runden Flughammer-Clan nehme ich glaube ich heute auf ja mehr werden es glaube ich nicht ist interessantes Spiel auf jeden Fall aber nichts kommt einfach an Solo ran oder die Truppshow Süßte Diebe war halt auch interessant für die Errungenschaft aber sonst boah direkt am Anfang da frage ich mich jetzt aber wirklich auch gerade ist das immer an der gleichen Zeit also die gleiche Zeit vorgegeben oder ist das immer unterschiedlich wenn jetzt in der ersten Runde mehr Zeit hat aber egal ich guck mal auf jeden Fall hier kann man ordentlich einmal erwischen ich glaube man hat mehr Zeit und ich glaube nur 1,30 ui oh gleich mal die Mitte mitgenommen nicht gut also jetzt läuft es aber gerade zweimal Mitte jetzt schon läuft jetzt nicht mehr so nein aber immer noch Bronze äh oh 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 ich dachte ich werde erster naja egal oh 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 fuck Leute hier sieht man hier trennt sich das Spreu vom Weizen hallo ich kann mich aber jetzt auch gerne qualifizieren ja ah dann eben nicht ok noch ein Punkt würde ich schaffen ah man aber ich würde dann halt auch schwierig werden mit den erreichen einer Runde das Ziel als Erster und kurz bevor du die Ziellinie überquerst muss man Emote machen am besten ich probiere das bei Schleimkraxler so du solltest der Nächste sein der es schafft ja nice als ob da war ein Gold drin und ist rausgefahren traurig der andere Finger der kann ruhig weiterkommen oh nein du musst doch weiterkommen beeile dich ich noch ein Punkt los oh ja und die Katze oh ne der prädotypie siehts auch interessant aus jumpt einfach ins wo musst du denn noch rein ja du du musst hast es geschafft ok du musst nochmal Silber schaffen jetzt unbedingt oh nice mit auf die bei das ist auch sehr die 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 Naja, nicht so ein schönes Spiel. Aber egal. Ich ziehe es trotzdem als erstes ins Ziel zu kommen. Das lief schon mal nicht so gut. Ach man, was mach ich denn? Natürlich sind da schon welche im Ziel. Ach, das ist das raus. Das ist final aus. Okay. Nehm ich mit. Diese blöden Hämmer. Ne, ich brauch's nur einen. Einfach nur. Unverdient. Ach man. Ach man. Runde. Und rennen. Hämmer brauche ich aber 30 mal noch. Da muss ich ein bisschen erfahren. Oh, warte ich kann nochmal schnell gucken. Ja ausrüsten. Finalrunde und Runde 2. Also ich muss noch einmal die Finalrunde erreichen. Das ist mein Ziel jetzt. Ah. Nice cooler. Wäre schön, wenn ich das gleich in einem Part schaffe. Ja. Ah, dann bitte ich im nächsten Part dann was anderes spielen und so nur noch ein bisschen den Modus für die Reifen. Reifen? Was sei denn? Glaub ich da? Hämmer? Guck mal den da jetzt auf Reifen. WTF? Okay. Der mittlere war Schmutz. Ich geh diesmal den hier. Natürlich. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Ich will doch mal als erster ins Ziel kommen. Oh nice Leute. Das war super. Oh. Nee. Du kommst mir nicht vor mir ins Ziel. Nein. Mann ist das so unverdient. Ich darf halt auch nicht zu weit. Wie gern? Mann. Ach. Ich wollte doch farmen. Mann. Och. Es läuft einfach nicht. Mann. Es lief so gut. Was machst du da eigentlich? Ach. Der läuft ein bisschen. Nicht schön. Du schaffst es nicht mehr. Du vielleicht noch. Aber du schaffst es safe nicht. Die Hammer könnte ich auch übelst weit zurück machen. Habe ich letzte Runde den falschen Armer genommen? Oder warum bin ich da rausgeflogen? Also Respekt wenn der es noch schafft. Aber der will glaube ich nur die Meta-Farm. Ja. Podium-Spawn. Oh wir haben einen normalen gekauften Godzilla und einen Undertaker. Oder mich Godzilla. Eine Monga-Skin. Und noch einen anderen. Na. Zeigefinger. Ich nenne es einfach mal Zeigefinger. Ich weiß nicht wie man es nennt. Wenn man nicht weiß wie es heißt. Es gibt einfach irgendeinen random Name. Muss jetzt aber nicht immer zu Skihammer dran kommen. Bei den Geiz rennen. Warum rennen? Die Frage ist halt. Wenn ich jetzt Erster bin und am Ende dann Emote mache. Kurz bevor ich da runter springe. In die Bronze Ring. Wenn ich 14 Punkte hätte. Ob das dann auch zählt. Wahrscheinlich nicht. Aber mal gucken. Hallo. Alter. Natürlich fliege ich daran vorbei. Warum denn nicht? Hallo. Was ist denn heute los? Das kriegt gar nichts mehr hin. Soviel zum Thema. Na los. Nee alter. Wenigstens in Silber. Der erste hat schon gefinisht. Oh nein. Von hier aus den Bronze boosten lassen. Wenn es von Anfang an so gut gegangen wäre. Wäre es gut gewesen. Aber Gold ist immer besser. Mann. Ich habe 5 Punkte. Eindeutig zu wenig. Ey das gibt es nicht. Ich fliege immer dran vorbei. Eindeutig nicht mein Spiel. Wenn ich sehe. Dass das auch auf eisigem Hintergrund sein muss. Alter. Nee. Warum. Muss das Spiel so kacke sein. Bronze. Geil. Liebe Bronze. Das reicht niemals. Im Leben. Es gehen Bronze Reihen. Junge. Oh. Mindestens noch einmal Gold jetzt. Oder so ein Cheat wie vorhin. Doppel Gold. Oh das ist super. Das ist super. Oh das ist super. Nochmal Bronze und einmal Silber. Oder gleich direkt Gold. Weiß es nicht. Direkt Gold. Okay. Muss Glück haben. Jetzt nochmal Bronze kommen. Gehen den selben Weg glaube ich. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Kann ich das jetzt. Und jetzt. Es ist dieses Spiel. Ich mag es eigentlich aber. Mit den Hämmern ist es kacke. Aber das gibt es später nicht mehr. Die sieben andere das bestimmt genauso finden. wir zeigen alle hoch auf den großen skin hier wiesenschen frag mich ob der nachteil hat bei sprungprobe wahrscheinlich schon riesig finale türenhammer okay wenn ich jetzt richtig viel glück habe bei seine final runde als zählt glaube ich kurz zu der zählinie also ich weiß nicht ich muss ich das wirklich irgendwann mit schreiben beim schreiben coxley machen weil die frage ist ob ich dann erster werde ich glaubt sie nicht aber der schwein proxley ist cool so bin ich da hinten gut nicht gut natürlich liegt überhaupt nicht gut weg bisher hallo man diese final runde ist beschissen hoch 10 wie soll man das schaffen ziemlich verarschen hat einer geschafft wenn ihm wenn wir auch habe ich nicht mehr es ist nicht mein spielmodus ich kapiere das mit den ein mann eigentlich nicht so richtig aber auch wenigstens habe ich die scheiße hinter mir ich muss nur einmal spielen noch wegen den weeklies aber sonst passt es eigentlich ist ja am besten auch gleich aus gerade verkackt aber egal wo ist er denn der hammer hammer wo bist du hier unten kann mir gar nicht vorstellen doch wie heißt er denn flugkammer rucksack doch das oben ich bin blind da alter wieso wird denn da so da gezeigt äh was passt denn dazu äh was passt denn dazu äh was passt denn dazu skins ja das sieht auch gut aus ne ne ich lass das so sieht gut aus ja sicht aber nochmal ein bisschen verändern mann das mein liebiges gesicht tust bei weiß toll schön ohja das sieht gut aus oja schwarz gelb dortmund ja in der nächsten folge wenn es noch eine gibt gibt es vielleicht ein neues event Ach ne, ich muss die Mitteilter, das ist Mitteilter Malheur, ist das Malheur oder soll ich das mal hören? Ne, es heißt Malheur. Ja, dann spiele ich auf jeden Fall Mitteilter Malheur, ich hoffe es hat euch gefallen und tschau.